Paar Mausklick durch das neue Traumhaus. Eine virtuelle Hausbesichtigung, die einige Immobilienmakler bereits anbieten, soll den Immobilienkauf entspannter gestalten. Der kann die Räume selber betreten. Bei einer normalen 3D-Animation kann er halt dann schauen, wie sich das Bild so bis jetzt automatisch dreht. Und was jetzt halt dazu kommt, dass wir hier, wo die Buttons dann sich befinden, kann ich praktisch das Haus dann betreten über den Weg, wo ich möchte. Wir haben hier die Möglichkeit, dass wir jeden Raum präsentieren können und aus jeder Perspektive, wie wir es möchten, beziehungsweise wie es der Interessent möchte. Dann spart er sich natürlich sich und uns Zeit, vor allem die Eigentümer müssen nicht permanent ihr Haus aufräumen oder sonstiges, das brauchen wir einmal. Und somit hat es natürlich einen großen Vorteil, ich spare mir natürlich als Interessent die Zeit und kann schon mal sagen, okay, das ist mein Geschmack, der Boden ist mein Geschmack, die Sicht ist mein Geschmack. Und erst wenn wir dann wirklich mal, sagen wir mal, ernsthaft Interessenten nach dieser Begehung haben, lohnt es auch, dass wir dann vor Ort eine Besichtigung durchführen. Nur vom Makler geprüfte Interessenten bekommen einen verschlüsselten Link zur Begehung der Immobilie. Im Verlaufsprotokoll kann nachvollzogen werden, wer wie lange wo verweilt ist. Das gibt Auskunft über potenzielle Käufer. Dabei ist das Tool nicht nur für große Immobilien interessant. Genau das Gegenteil ist der Fall, es sind genau diese kleineren Einheiten, wo man dann über diese Software dann bewerben kann, sprich man kann sie präsentieren im Internet, vor allem vermietete Objekte. Idealerweise haben wir ja immer dann auch leicht Hürden zu nehmen, wenn Mieter da drin sitzen, gibt es keine Besichtigung, da habe ich keine Zeit, sagen kurzfristig ab. Also auch hier wiederum das alte Prinzip, wir sparen Zeit und sparen Geld und somit gilt es für alle, aber ganz speziell für kleine Reinheiten oder Sanierungsobjekte. Denn das Tool gestaltet auch Räume, die noch gar nicht vollständig vorhanden sind. So können sich Interessenten ein besseres Bild von der künftigen Wohnung oder dem Haus machen. Es wird die Zukunft sein, ganz klar, nachdem wir ja das Medium Computer, PC, Mac, wie man sie alle nennen will, dass wir alle unter einem Hut haben, wird es so sein, wir kaufen heute Schuhe, wir kaufen alles und dann kaufen wir natürlich auch Immobilien über diesen Weg. Es wird sicherlich in diese Richtung gehen, dass die Eigentümer sagen, ja Moment, wenn wir eine Immobilie verkaufen, dann aber richtig und dann soll sie auch so präsentiert werden, bitte. Dass die Immobilie nicht gleich nach der virtuellen Besichtigung gekauft wird, ist klar, der Termin vor Ort bleibt. In 96 Prozent der Fälle kauft übrigens am Ende der, der auch am längsten online beim Objekt verweilt ist.